In der Demo, wo man da beckert hat. Mal zusammen runter und prüfen uns allen. Ihr könnt euch das ja selber zusammenbauen, dann stoppen wir, wenn der Reifen runter wird. Von hinten klappen wir ihn nicht nach vorne, sondern wir klappen ihn zur Seite. Sechs hoch, wir haben Kerstoff. Ich weiß nicht, ich habe einen kleinen Reifen. Ja! Brauchst du es? Ja. Das ist nicht verpasst. Nein. Würde ich dann ein helles nehmen. Und das sind die Pfeil des Pfarrers. Ich habe keine sichere Eier Braun beobacht. Das ist eine große Szene. Das ist eine große Wandschäbel. Das war die Außen-Fraktion. Das war die Außen-Fraktion. Vielen Dank.